Solange der Kinofilm läuft, bekommt man das gleiche Essen und Trinken wie im Film. Wenn bei Ratatouille eine Suppe gekocht wird, bekommt ihr eure eigene kleine Suppe und kocht die auch. Kommt mit. In London gibt es ein Kino, das heißt Taste Film. Und wenn man reinkommt, sieht es aus wie ein Restaurant und jeder bekommt so seinen eigenen kleinen Tisch. Man kann da so viele geile Filme gucken, Harry Potter, Shrek, Mean Girls. Wenn ihr zum Beispiel Harry Potter schaut, bekommt ihr genau die gleichen Snacks wie im Hogwarts Express. Ich war alleine da, ich hatte so ein Solo-Date mit mir selbst. Achso, und auf der Karte steht drauf, bei welcher Minute man welches Essen bekommt. Wenn ihr zum Beispiel Mean Girls schaut, da muss man die Soße mit einem Lipgloss drauf machen. Gefühlt alle 5 Minuten ist ein neuer Snack, ein neuer Drink gekommen, ich bin gar nicht hinterher gekommen. Ich hab mich so einsam gefühlt, weil alle waren zu zweit da auf einem Date und haben gekuschelt und ich war so alleine. Ah, das ist auch geil, wenn ihr Shrek liebt, als Drink bekommt man sein Sumpfwasser. Und dieser kaputte Lebkuchen während dem Film, man dekoriert seinen eigenen Lebkuchen. Ich hab den Film geschaut und ich hab mich so gefreut, als ich das gesehen hab, einen Milchshake im Film. Und wir haben natürlich den gleichen Milchshake bekommen. Speichert euch das Video, wenn ihr in London seid, geht zu Taste Film.